Neulich habe ich das Christkind gesehen. Es kam aus der Kneipe und konnte kaum stehen. Auf Geschenke braucht ihr nicht zu hoffen, denn es hat das ganze Geld versoffen. Es wankte hin zum Tannenwald und hatte den Arsch voller Hannen alt. Auch gestern habe ich es getroffen und denkt euch, es war schon wieder besoffen. Ich blieb gleich stehen und sprach es an. Sagt Christkind, wo ist denn der Weihnachtsmann? Das Christkind sprach, auf den brauchst du nicht hoffen. Der liegt im Wald und ist auch besoffen. Das Christkind, wo ist denn der Weihnachtsmann?